Herzlich willkommen, Katz, kann man mich hören? Oh ja, bitte. Herzlich willkommen, liebes Volk, hier im schönen Rast-Tede zur allerersten Merkenstunde des Nordens! Was habe ich das genossen, dass die beiden heute mal, das erste Mal, nach einem Jahr aufs Licht warten mussten? Sei es dann drum, wir haben uns hier wieder eingefunden und werden jetzt, zur schönsten Jahreszeit, hier im schönen Mai, euch eine Geschichte aufzuführen haben. Ja, ja, wir haben einiges in Pette für dieses Wochenende, wir müssen uns aber erstmal ein bisschen warm spielen. Und deswegen eine ehrwürdige Geschichte, nahe sehr frei nach den Gebrüdern Grimm. Das Publikum ruft Grimm! Grimm! Alter! Nimm die linke Hand, Vogel! Besser! Hier an der Städtchen werden wir eine formidable Geschichte aufführen. Sie handelt von Liebe! Guck mal, da laufen zwei. Hallöchen! Ihr kleinen Ferkelschirn! Sie handelt von einem Königreich! Oh! Und sie handelt von Verrat! Oh! Und einen Mord! Oh! Moment, Moment! Moment, also ich muss, jetzt muss ich was ausprobieren. Liebe? Ah! Mord! Hey! Frag mal, was? Ja, ich würde gern, äh, ja, doch, jetzt funktioniert's. Danke! Mach nicht, du stirbst ja sowieso. Jubel für die Technik! Also ich kann mich hören! Im Übrigen, hier, dieses Wochenende, was ganz Besonderes. Noch nie so viele Tontechniker zugegen gewesen. Und die machen hier einen verdammt guten, 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 guten und harten Job! Ein Jubel für diese! Ach, Fabian, das hat er noch gerade! Sag mal, schleimst du jetzt die ganze Zeit? Nein, nein, nein! Als du noch zu Hause an deinem Ding gespielt hast, hat er ja schon alles aufgebaut. Entschuldigung, was war das gerade? Was hat er gerade gesagt? Acht an meinem Auto! Ah! Automatik, also Automatik. Meine Lieben, wir werden eine Geschichte aufführen. Vielleicht hat der eine oder andere Sie schon gesehen, aber doch nie mit diesem dort! Ich hab Angst! Jawohl! Aber bevor wir beginnen, wir brauchen noch Unterstützung, Rektus! Wir brauchen eine Königin und keinen wehrhaftigen Stanten, jungen Knaben! Nicht zu jung! Ah! Rektus, bitte! Bildet einmal eine Gasse, ich bin von Bedeutung! Bin fort mit dem Pöbel! Ah, eine Königin, hast du gesagt? Jawohl! Nie königlich soll sie denn sein! Mindestens 21! Oh, das bin ich! Entschuldigung! Werdet nicht nervös! Ich stehe direkt vor der Box, ich bin der Idiot! Die Gemeinde jubelt mir zu! Für diese gnadenlose Ehrlichkeit! Die Gemeinde ruft, zieh dich aus, Rektus! Zieh dich aus, Rektus! Nein, ihr Ferkel! Nein, nein, Rektus, Rektus, das ist verkehrt, das heißt, zieh aus, Rektus, ganz weit weg! Guck mal, hier die Kinder hin, die wollen mich auch nicht sehen, die kotzen! Wir hören den Handeln, wie heißt du, Carlos? Horst! Horst, wir hören den Horst nicht schlecht! Wir brauchen eine Königin! Die hat sogar schon eine Kone auf! Und wie einige von euch wissen, bin ich seit ungefähr 2,5 Stunden Schock verliebt! Die Gemeinde jubelt, wir haben eine Freiwillige! Bist du bereit? Was brauchen wir noch? Wir brauchen noch einen Knaben! Einen Knaben! Woher soll ich wissen, was hier ein Knabe und was ein Weib ist? Wir Katholiken kennen den Unterschied nicht, wir haben ihn nie untersucht! Diese Hand hat noch niemals eine Sünde berührt, das ist ja auch die Linke! Wir brauchen einen Knaben! Wir brauchen einen Knaben, hat er gesagt! Von fiesem Charakter soll er sein! Scheiß! Ich habe hier ein Problem, hier gibt es nur sehr hässliche Leute! Ja! Ja, so soll es ja auch sein! Nein, 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 nein! Die Freiwillige nehmen wir sowieso nicht! Rektus, nimm einen, dem es nicht schade ist! Ja! Um wen würdest du denn hier weinen wollen? Hier kommt er jetzt echt kacke, den nehmen wir! Los, steh auf, Junge! Hast du gelacht, du Dussel? Den siehst du vielleicht nie wieder, hier geht's um Mord! Ja, nimm den, nimm den! Sehr schön! Aber warte, ich mach das mal kurz aus! Nicht nervös, wenn Technik, ich mach's aus! Rektus hat sich ausgemacht, wir müssten ihn nicht hören! Das Publikum rastet auf! Was für ein Moment! Wenn man mich hören würde, würde es auch nichts ausmachen! Hallo, hallo, hallo! Oh, Technik, hallo! Es würde nichts ausmachen, wenn ich nicht brüllen müsste! Sondern ganz normal spreche! So ist es, bravo, ja! Hier an der Städte begrüßen! Und da kommt er halt die Treppen hinauf! Er braucht ein bisschen! Dort mit der 1 Meter größeren Königin als er selber! Bruder Rektus und seine mitgebrachten Mitspieler! Mein guter Kind! Sag mal für die, die dich noch gar nicht gesehen haben, wer bist du und wo kommst du her? Lea und ich komme aus Osterholz-Scharmbeck! Lea aus Osterholz-Scharmbeck-Applaus! Und du, arme Schwein, wie ist dein Name und wo kommst du her? Jannis aus Neumünster! Jannis aus Neumünster! Wunderbar! Ja, die Leute werden noch stärker applaudieren, das ist eine besondere Rolle am heutigen Tage! Das werden wir gleich sehen! Stell dich schon mal hier zur Seite in den Schatten, du auch Kind, in den Schatten hin an! Dankeschön! Und die Geschichte beginnt vor langer Zeit einst! Irgendwo, in deutschen Landen, in französischen Landen, ist auch egal, da gab es da einst zwei Brüder! Rektus! Carlos! Ja, dahin! Ich bin zwei Brüder! Hast du dein Mikro an? Ich bin auch zwei Brüder! Mein Mikro ist an, aber man hört mich trotzdem nicht drauf! Oh, jetzt ist schon wundervoll! Gebt mir das noch einmal! Ruhe jetzt da drüben! Die zwei Brüder! Das Publikum sagt, oh! Der eine Bruder, er war jung und zart, gut aussehen, charmant und war ein bisschen wie Alea! War wie Alea! Für euch der junge Bruder! Wie der junge Alea! Was hast du jetzt davon? Der andere Bruder, aber so jung und zart, wie der erste war, so hoch hinaufgeschossen war der Ältere! Von einer unglaublichen Geist! Von einer unglaublichen Fülle! An Informationen, die keiner haben will! Eine widerliche, grässliche Gestalt! Auf kleinen, streichelzüllen Beinchen! Ein riesiger Spektrum! Hallo! Mit Carlos angemahnt an! Dann! Ja, ganz genau! Gut, Ero, Demonstrantum! Hier für euch der gemeine, miese, hässliche und faule Bruder! Das Publikum ruft Boooo! Kann man es auch in ein Wort fassen? Wie ein Kotzbrocken? Ganz genau! Du hast ja schon Bruder mit Vornamen, deswegen passt das ganz gut! Und beide Brüder, sie hatten sich trotzdem irgendwo lieb und fassen sich... Hatten wir nicht! Hatten sie doch! Hatten wir nicht! Knauze! Also, ich hab dich lieb! Und der kleine Bruder lief zum Großen hin an, sprang ihn an die Seite und umarmte ihn zacken! Komm, wir haben gestern geübt! Weg mit zum Kreuz! Wie heißt das? Äh, ja... Ich dachte, die Hebefigur auf Dörde Gänzig! Nicht, die heute noch nicht, bin noch nicht so weit! Und beide Brüder beschlossen eines Tages auf ein Abenteuer zu gehen und hinaus in die Fremde zu laufen! In die... Was? Fremde? Ist das die Fremde? Oh, jetzt! Zock! Wir liefen in die Fremde! Ich würde auch dann in die Fremde laufen! Ja, ja, aber nachdem haben wir... Sie fassten sich an die Hände! Ach, nee, muss ja nicht! Sie fassten sich an die Hände! Du hast da noch Teer! Bäh! Ja, ich hab mir irgendwo hier so einen Pilz geholt! Und sie begannen, in die weite Welt zu laufen auf der Suche nach Abenteuer! Läuft einfach auf der Stelle! Reicht völlig aus! Auf der Stelle heißt er auf der Stelle! Und sie liefen weiter! Warte mal einen Augenblick! Was ist denn jetzt schon wieder? Das ist total erstaunlich! Wir haben eine der größten Bühnen seit Jahren hier! Aber wo sie so vollgemüllt ist mit Instrumenten... Mit einem Scheißdreck, der hier rumliegt! ...haben wir so wenig Platz wie selten! Was steht hier ein Gerümpel rum? Naja, der wenige Platz wie selten, das hat einen anderen Grund! So! Ich habe etwas Beklämmung gemacht! Hast du gerade so laut gelacht? Stimme auf! Stimme auf! Stimme auf! Wer im Glashaus sitzt, Freundchen! Fasseln schön weiter, mein Vater! Und passt doch an die Hände! Los! Und sie liefen schneller! Das ist eine große Welt schneller! Und sie rannten durch die Welt! In diesem Augenblick hörten sie aus dem tiefen dunklen Wald, das an der fernen Stadt, einen Schrei! Ich sagte, sie hörten einen Schrei! Der Schrei kommt von da, nicht von da! Das ist das Echo! Das mit denen zurück! Ja, ja, ganz genau! Und die beiden Brüder, sie hielten inne! Hä? Was war das? Ich weiß auch nicht! Ein Schrei! Ja! Moment, Schrei! Ah! Oh, noch ein Schrei! Oh, schon wieder einer begleitet von einem Rülpser! Ja, der stinkt, Scheiße! Im nächsten Augenblick hörten sie einen Hilferuf! Hilfe! Komm, da ruft jemand nach Hilfe! Wir gehen einfach weiter! Lass uns weglaufen! Da holen wir uns bloße Pillen! Und sie erreichten tatsächlich keinen Pilz! Sie erreichten ein großes Schloss! Das Publikum ruft, ein Schloss! Ein Schloss! Und hoch oben auf dem Schloss, da war eine großartige Königin! Großartig? Ja, in der Tat! Das Publikum ruft, meine Königin! Meine Königin! Das ist cool, ne? Tu die beiden in die Mitte, die Königin! Hierhin! Und das Kind, sie weinte, sie jammerte und klagte! Oh nein! Lauter! Glaubwürdiger! Du brauchst ein Zepter für den Fall der Fälle! No, weil sie schon! Du sagst, das weil schon! Ich sag dir, die beiden haben eine dicke Haut! Übertragen einiges! Und das Kind, es weinte, jammerte und klagte! Oh nein! Oh nein! Oh Gott! Das können sie alle! Oh, sehr schön! Das war klassisches Overacting! Nein, das war gut! Sofort eilten beide Brüder hin und erblickten die schöne Königin! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Stopp, 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 stopp! Moment! Ruhe! Und sie war so schön und so groß und nichtartig, dass beide vor ihr, voll in Brunst vor ihr auf die Knie fliehen. Auf die Knie! 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 Marodiert in meinen Wäldern! Äh, nein, äh, in deinen Wäldern! Das ist, äh, verkehrt! Im, im Königreich! Im Königreich! Ihr Decken! Wer wird es erschlagen? Ich, 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 ich! Dieses wilde Tier! Ja, ich bleib zu Hause bei dir, falls er zurückkommt! Dieser rasende Wildsau! Und beide Brüder erstarrt und verast! Eine rasende Wildsau! Eine rasende Wildsau! Und wie aus Zauberhand hörten sie eine Rückkopplung! Eine Rückkopplung! Und wie aus Zauberhand hörten sie mit einem Mal aus dem ternen Wald einen wilden Schrei! Hast du gefurzt? Nein! Ich glaub, das war der Pilz! Hat die Königin gefurzt? Denkt dran, sieh die Klatschen an, ihr beiden! Gibt es einen jungen Mann? Der sich traut, gegen diese Wildsau anzukämpfen? Definiere jung! Machen! Der Machen! Der Machen! Definiere Machen! Steck bitte nicht! Guck mal, da meldet sich wirklich der dunkel und hässlichste! Wer die Wildsau erschlägt, nimmt mich heiraten! Erste! Ich mach schon, ich mach! Und König werden! Geh weg! Die beiden Brüder waren... Ich kümmere mich drum! Die beiden Brüder, sie waren mehr als begeistert! Was ist denn? Der Carlos hat auf die Bühne gepullert! Das war schon vor... Aber wartet mal, wartet mal! Die beiden Brüder versprachen der Königin, hoch und heilig gemeinsam in den Wald zu gehen. Und der Stärker und Edler von beiden wird die Wildsau erlegen und sie der Königin zum Beweis nach Hause bringen. Also, Königin, ich werde dich drücken, ich werde die Wildsau erlegen und sie dir zu Flüßen legen. Der ist dazu nicht in der Lage. Zieht los! Und haut drauf! Na gut. Die Königin ging in der Zeit in den Schatten. Ich bin hier vorne weg. Und die beiden Brüder machten sich auf den Weg, in den tiefen Wald die Wildsau zu erschlagen. Doch je tiefer der Wald ward, desto unheimlicher ward es. Oh scheiße! Und beide Brüder erfasste eine große Angst. Schau mal, all die hohen Bäume! Ich hab ein bisschen Angst! Und all das Unkraut hier vorne! Ja, und es stinkt hier so! Entschuldigung, ja, mein Fehler. Also, und? Doch, hörten Sie schon den Schrei der wilden Sau! Oh je, was ist das, Bruder? Der hat in mein Mikro gespuckt. Jeder kann was. Im Übrigen, es würde nichts ausmachen, wenn wir was auf den Monitoren hätten. Aber dann fuchzt es wieder so. Ja, wo? Weiter. Und als die beiden tief im dunklen Wald waren... Und noch einmal den Schrei der Wildsau hörte... Ah, schon wieder! Oh je! Da überkam dem älteren Bruder noch mehr Angst. Und er schmiedete einen hinterhältigen und gemeinen Plan. Ich? Du. Was für ein Plan? Was für ein Plan? Du hast nie einen Plan, das weiß ich doch. Das weiß ich jeden Morgen, wenn ich hinkomme und sage, Hallo, was geben wir heute? Keinen Plan. So. Der kann jeden Morgen einen Kaffee bei mir. Vielleicht ist der wässrig? Ach so. Und der ältere Bruder, er ging zu seinem Jüngeren hin an. Hör mal, Schätzchen. Ja, was denn? Also, wir machen folgendes. Wir teilen uns auf. Ja. Du gehst links rum, ich geh rechts rum. Alles gut. Und dann machen wir einen Kreis, umkreisen den Wald, treffen uns wieder in der Mitte. Und dann, äh... Hatten wir den ganzen Wald und krank. Sag mal, warum lauft ihr uns nicht gleich dicht, du Hosenbeine? Wird mal schauen, so sieht das aus. Uh! In der Mitte muss ja dann die Sau vor uns weggelaufen sein, wir finden sie. Wir treffen ja, wir treffen. Wir laufen so hoch. Also du da lang? Ja. Ich geh da lang, äh... Ah ja, und während der jüngere Bruder da lang lief in den Tiefenwald, ging der ältere Bruder einfach in die nächste Taverne und fing an zu feiern. Rektus... Schalalalalala... Und holte sich dort einen Pilz. Eiersalat... Schalalalalala... Wo ist denn bloß diese Wildsau? Doch der kleine Bruder, voller Inbrunst in seinem jugendlichen zarten Herz, das irgendwo da drin schlägt, schlagen muss, er ging tief in den Wald und tiefer, barf von jeder Angst. Wie die Dummen alle so, nicht wahr? Doch, in diesem Augenblick hört ihr, Rektus, zweite Rolle. Ich hab ne Doppelrolle? Was ne Doppelrolle? Ich werd hier nochmal bezahlt, ich mach keine Doppelrolle. Du machst jetzt ne Doppelrolle, los, komm. Rektus, hinter diese Bank auf die Knie. Ne, schon. Doch, komm her, komm. Du darfst auch ganz lange sein. Ganz lange sein. Lauter! Auf die Knie! Auf die Knie! Auf die Knie! Kopf runter. Und da hörte der junge Mann einen Hilferuf. Hilfe! Dramatischer. Hilfe! Moment, Moment, Moment. Hilfe! Geh doch! Sofort lief der junge Bruder zu dieser Stimme. Hilfe! Hilfe! Ich kann gar nicht dessenieren, wo ich... Was hast du denn sofort unter dem Bach sofort? Wo kommt denn diese Stimme bloß her? Ich kann's gar nicht hören. Und der junge Bruder, er lief zu der Stimme hin an. Hilfe! Und er blickte im tiefen, dunklen Wald eine schräg gewachsene Figur. Ein schreckliches Männlein, als ob es gerade aus dem Busch herausgesprungen kam. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, bist du alt, hässlich, bucklig, grau und überhaupt... Bäh! Ich liebe Märchenstunden. Und es erblickte, dass das Männlein mit seinem Bart sich in einen Straucher verflangen hatte und nicht mehr rauskam. Oh, armer alter Mann, hast du dich mit dem Bart irgendwo in einem Straucher verfallen? Aua! Und das Männlein rief, hilf mir, junger Bursche, und ich werde dich reich entlohnen. Am besten ist, du verschwindest einfach. Lass los, Regnus. Hilf mir, und ich werde dich reich entlohnen. Oh! Ja, aber wie bekomme ich dich alten, hässlichen, pickeligen, brech, stinkenden Mann? Denn da aus dem Busch heraus! Nicht mit Gewacht. Naja. Das muss mich mit der Lotion einreiten. Flutschst du dann da raus? Guck mal, ich habe ja noch ein bisschen Lotion in diesem Becher. Nein, ich wollte das ausflutschen. Nein, natürlich war der junge Mann von einer starken Natur und mit einem beherrnzten Griff. Also auch, hier ist ein Griff oben. Aua! Ich reiß dir alles ab, was absteht, und sei es noch so kurz. Der hat länger nicht gewascht, das ist ein bisschen rutschig. Aber kann das, wenn ich es rausziehe, bitte ploppen? Ja, bitte. Und mit einem, das Publikum zählt bis drei. Drei! Nein, nicht jetzt schon! Wer zu spät kommt, dem bestraft das Leben, und wer zu früh kommt, der muss noch mal. Also da. Sieben! Drei! Fünf! Vier! Ein und sechs! Neun! Warum lebst du eigentlich denn? Das ist die Frage. Also mal drei. Eins! Zwei! Vier! Und das Männlein hatte den jungen Mann lieb umarmt und gab ihm einen Kuss. Muss das sein? Ja. Wann genau? Jetzt. Auf die Sünde, auf die Feier, 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 wir sind zurück. Das hat Garantie, ich kann es zurückgeben zu Micha. Schön. Toll. Jetzt habe ich einen Pilz. Aber da ist sie dran schuldig. Woher. Das Schöne war, diese Szene kommt im Buch gar nicht vor, aber ich habe gedacht, ich baue es einfach mal ein. Und das Männlein, es war so begeistert und rief, hör zu, junger Mann. Äh, ja. Ja, was denn? Ja, du sollst eine Wildzau erschlagen. Hä, was? Das hat er doch von der Königin gesagt. Ja, ja, das weißt du aber auch, weil du bist ein Zaubermannlein. Ach so, ich bin ein Zaubermannlein. Du bist ein Zaubermannlein, du musst mir jetzt sagen. Ich kann machen, dass die Luft stinkt. Ich auch. Und es griff in seiner Kutte und holte daraus einen großen, mächtigen Speer. Winzigerweise ist er in der Originalgeschichte sogar schwarz. Und das ist großer, mächtiger Speer. Ja, alles ist groß und mächtig, was du in der Hand nimmst bei den kleinen Fingern. Ja, das ist kein Angst, das kommt mit dem Einsatz, das ist normal. Was, dass in der Mitte ein Stück nicht hart wird oder was? Das kann bei dir aber jetzt hier 20 Jahre alt. Ruhe jetzt. Er überreichte den Junkern den Speer und sagte, damit wirst du die Wildzau erschlagen, ganz sicher. Ach, also, viel Glück. Ja, ja, damit werde ich die Wildzau ganz sicher erschlagen. Ja, ja. Und der junge Bruder ging tiefer in den Wald. Tiefer und tiefer ging er in. Bin ich jetzt frei? Setz dich. Doch in diesem Augenblick hörte der junge Mann den Schrei der Wildzau. Ruah! Was machst du da? Äh, den, ein bisschen steif. Was ist das auch so? Ja klar, du nicht. In diesem Augenblick erblickte der Jüngling hier die Schere in der Wildzau. Das Publikum sagt, aah! Die Wild... Wieso hat die Wildzau eine Affenmaske auf dem Kopf? Guck dir die doch an, also wirklich. Repräsentativ. Die Wildzau erblickte den jungen Mann. Die Wildzau sagte... Der junge Mann sagte... Ich mag dich alle. Die Wildzau sagte... Alter! Und die Wildzau nahm was. Grunst und quiekt. Wie soll ich das machen? Wui! 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 Das ist ein Naturtalent! Weißt du was? Ich denke mal... Wir müssen ein bisschen anziehen, Jungs. Wir haben 1400. Äh, ich denke mal, wir sind jetzt nachher an der Fleischtheke wieder, mein Freund. Ich kriege gerade irgendwie Appetit. Lauf! Die Wildzau blickte den Junker! Die Junker blickte die Wildzau! Beide schrien auf! Wui! Die Wildzau griff an! Wui! Wui! Verfehlt den jungen Mann knapp! Er war ja schlank! Der junge Mann nahm Mars! Hier, komm! Rüber! Lauf mal! Die Wildzau rief... Jetzt bist du fertig! Wui! Komm her! Komm her! Junker Sau! Komm her, Jurya! Hey, hier ist der Augenblick! Hey, hier ist aber noch die Pfütze, echt! In diesem Augenblick nahm die Wildzau Maas, stürmt auf den jungen Mann zu, der junge Mann holt aus und schluckt so! In Tempus Lupus! Pau! Die Wildzau schrie auf! Ging in die Knie, sagte... Autsch! Und war verlegt, das Publikum rastet auf! Alter, so wie du da jetzt hopfst, das ist echt schädlich für deine Hüfte, das weißt du, ja? Ja, die Hüfte ist gerade eingeregnet worden, deswegen kann man... Was machst du da? Du wirst das bereuen! Der junge Mann ging hin an, packte die Wildzau und lud sie sich auf den Buckel. Wohin genau? Das war's! Stopp! Hierher! Du hast natürlich den Speer in der Hand. Ach, auch noch! Das Publikum ruft, die Wildzau ist tot! Die Wildzau ist tot! Das hört bei der großen Feierlichkeit und der ältere... Ah, ich kann nicht, ich leute sexuell belästigt. Das ist keine sexuelle Belästigung, die sind so klebrig, da wird einfach alles dranhängen. Das ist so blöde Kuh. Also was mach ich? Du hörst den Ruf des Publikums. Die Wildzau ist tot! Was? Die Sauer ist tot? Wo ist sie denn? Du bist die Laub! Nein! Nein! Hallo! Lass doch nicht alles herumliegen! Ist ja wie zu Hause bei dir! Wo ist die Wildzau? Wo ist die Wildzau? Wo ist sie? Hol die Wildzau! Wo ist sie? Hol sie? Komm, die Wildzau! Komm! Runter! Runter auf die Knie, Sau! Da ist sie ja! Und dem älteren Bruder wurde mir einmal klar, dass der Junge, anstatt drauf zu gehen, die Wildzau erschlagen hat, er wird die Hand der schönen Königin bekommen. Heilige Scheiße! Bruder! Ja! Ich gratuliere dir! Wozu überhaupt? Hast du die Sau erschlagen? Ja, mit dieser Keule willst du auch eine? Nein, lass mal! Pass auf, du musst jetzt nur noch die Sau zur Königin bringen und die ist ja ein bisschen schwer, also du musst sie nicht tragen, ich würde sagen, du schleifst sie einfach hinterher. Aber ich helfe dir hier dabei, dass ich diesen Speer hier trage für dich. Ja gut, wunderbar, ich muss jetzt also die Sau und das Mikro nehmen, das wird ein Spaß. Komm, Sau, hier auf die Seite, Verdeckung runter, genauso. Und der junge Bruder, voller gutem Glauben, dass sein älterer Bruder nichts Finsteres im Schilde führte, ging voran, der ältere Bruder hinterher mit dem Späten. Komm, Seuchen, komm, meine kleine Sau, komm, Schweinchen, komm, wir gehen hier um die Eimer hier herum und jetzt gehen wir gemeinsam über die Brücke. Sie erreichten eine Brücke, wo ein kleiner Bach unter der Brücke floss und der junge Bruder, er nahm die Wildsau, der ältere Bruder hinterher. Das Publikum sagt, oh, 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 stopp, Carlos, der kriegt da nicht noch mit drauf. Du guckst nicht nach hinten, du guckst nur nach vorne, dein Herz schlägt nur für die schöne Könige. Die Kinder halten sich jetzt die Augen zu. Die Mütter halten sich die Augen zu. Kinder, was ihr jetzt ansonsten sehen würdet, könnt ihr auf jedem Schulhof gebrauchen. Und als der ältere hässliche gemeine Bruder sich in Sicherheit wiegte, holte er aus und schlug zu. Aber nicht irgendwo hin, nein, mitten ins Herz. Na ja, hau drauf. Oh, was für ein Schmerz. Steckt fest. Mitten im Herz steckt es fest. Au, 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 au. Sterbe wie? Au, ja, ich sterbe. Ich sterbe. In den Bach. Oh, ich. Na ja, das ist der Bach. Auch als der junge Bruder, tief ins Herz getroffen, im Bach zu Bache kam, dann nahm sein älterer Bruder ihn und warf ihn hinunter in die tosenden Fluten. Ach so, ich dachte, das wären die Fluten. Na ja, ich dachte davor. Ja, besser so, da sieht die da keiner mehr. Die soll auch keiner mal sehen. Reicht ja schon, wenn man dich sieht. Ach so, gut. Und der Bruder versank in den Fluten. Das ist die tote Sau. Hier ist das Mordwerkzeug. Dazwischen befindet sich derjenige, der gleich die Königin heiratet. Und ich werde es nicht beim Heiraten belassen. Und da erwartete schon die Königin den jungen Mann. Doch was erblickte sie? Der alte Bruder mit der Wildsau in der Hand und einem scherenden Instrument des Todes. Sie rief. Oh weh. Der Junge ist wohl gestorben. Ich muss mich ja wohl an mein Wort halten. Da läuft noch eine Wildsau. So ist das eben. Und sie nahm mit schweren Herzen den älteren Bruder bei der Hand und heiratete ihn. Das Publikum sagt. Oh. Na, 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 na. Sie will so ab in den Schatten. Rektus, Königin, ab in den Schatten. Ab in den Schatten, Königin. Doch, so wie es kam, nach einiger Zeit kam zufälligerweise ein junger, gutaussehender Schäfer vorbei. Ich bin ein junger, gutaussehender Schäfer. Das Publikum darf sich übergeben. Und dieser kam zu dieser Brücke. Er blickte hinunter. Er blickte hinunter und er blickte unten am Ufer einen kleinen Knochen. Er blickte hinunter. Entschuldigung. Ich soll wieder. Er blickte unten eine kleine Knochenliege. Da unten liegt auf der Palette vor der Bühne ein kleiner Knochen. Er schnappte sich den Knochen. Ich schnapp mir den Knochen. Und baute sich daraus eine Flöte. Ich baue mir daraus aus einem Knochen. Ja. Und als er ansetzte, aber wie wunderte er sich? Als er ansetzte, da spannt die Flöte eine Stimme. Die Flöte sang. Oh, du mein Hirtelein, du bläst auf meine Knöchelein. Mein Bruder, der hat mich erschlagen. Hat mich im Flusse begraben. Um das wilde Schwein für das Königstöchterlein. Es darf jetzt applaudiert werden. Naja, meine Lieben, ich erzähle euch jetzt mal ganz kurz, wie die Geschichte eigentlich endet und warum ich sie jetzt ändern werde. Es ist so, der Junker lief hin, hörte von dem Verbrechen, wusste sofort, was geschehen war, lief zur Königin an, spielte ihr das Lied vor, die Königin war voller Wut, nahm ihren Ehegatten, ließ ihn erschlagen und im Flusse begraben, betete die Knochen des jungen Mannes auf einen edlen Friedhof. Ist das eine Geschichte? Ja. So, hey, würde die Geschichte enden, wenn ich der Heldin gewesen wäre. Aber ich war nicht der Heldin, sondern dieser Spanier. Und da kam nicht dieses Lied heraus, sondern... Das Publikum ruft, ein Verbrechen! Ein Verbrechen! Der Junge ruft, ein Verbrechen! Ein Verbrechen. Ja, dieses Lied ist ein Verbrechen. Denn er lief sofort zur Königin hin an. Königin, komm mal her. Hä? Wieso das denn? Ja, komm einmal an. Hallo, Königin! Und die Königin rief, was möchtest du? Was möchtest du? Mit dir La Cucaracha singen. Und der Junge ernahm die Flöte an den Lippen und spielte. Und rief dabei das Lied. In diesem Augenblick ruft die Königin... Ah! Dieses Lied ist ein Verbrechen. Ehemann. Ehemann, komm her. Das bin ich! Was ist zu tun, mein Herz? Nimm dieses Folterinstrument. Und prügel den mal richtig durch. Nimm ihn oder euch? Ihn! Und der Junge, er holte aus und schlug zu. Au! Au! Der Hirte schrie auf! Au! Nahm seine Beine in die Hand und lief auf und davon der Junge hinterher und schlug immer drauf. Der haut mich nicht... Aua! So ist recht. Au! 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 Und dabei geschah Folgendes. Danke, es reicht. Dabei geschah Folgendes. Der ältere Bruder hatte eine solche Lust auf Prödeln bekommen, dass er auf den armen Hürden einschlug, der ein Bein in die Hand nahm und in die Fahne lief. Der ältere Bruder hinterher und die Königin alleine zu Hause zurückließ. Das Publikum sagt, oh! Au! Au! Die Königin hatte nun keinen Mann mehr und weinte bittere Träne. Au! Doch in diesem Augenblick entdeckte sie einen gutaussehenden Geschichtenerzähler. Nein, nicht schon wieder! In den sie sich verliebten, heirateten und gründeten zusammen ein neues Königreich. Danke, Gemeinde! Hier die Geschichte von den zwei Brüdern. Dargestellt von immer anderen als älteren Gemeinden und hässlichen Bruder. Einen Applaus für Bruder Rektus! Der junge und einfache Bruder, an der Städten gut aussehend, aber trotzdem in die Jahre gekommen, neben anderen als Don Garnas! Achso, ich! Zu uns, rechts und zu eurer Linken, wahrlich! Er ist die einzige Wildsau auf dem Platze, wenn er sich als welches bezeichnen kann, dann ist er die erste auf dem Platze, die Wildsau! Na, du Sau! Und last but not least, Namen sind Schall und Rauch. Ich habe deinen vergessen. Wie heißt du noch? Lea. Stimmt. Lea! Lea, kannst du dir vorstellen, mal irgendwann El Hamami zu heißen? Und ob du Lea heisst, als Königin und als der einzige Pilz, den jeder gerne zu Hause hat. Lea! Aber nicht zu vergessen, last but not least, möchten wir einen edlen Mitspieler noch einmal ankündigen. Er war schon alles gewesen. Er war ein Schloss, er war ein, er war ein Buch, er war ein Meer, er war eine Wand. Und heute war er, was war er eigentlich? Die Brücke! Die Brücke! Ganz genau! Für euch, die Bank! 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 Du sollst ihm das Lieb ein geben. Nein, ich oder du, wer ist dran? Ich war schon, du bist dran. Ida, Ida bist du dran, ja, ja. Philippinium, bitte Dachstum. Auch diese Märchenstunde, meine Lieben, litt wieder sehr unter Ihrem, und das ist leider auch unserer Erzähler. Es ist dies, der blauäugige Wal gestrandet in der Leine von Hannover. Lob. Der Müll schluckert das Herrn, der Drecksack, dem die Weiber vertrauen. Der stinkende, aber auch der unglaubsame und wunderschöne, hässliche Haar! Vielen Dank, meine Lieben. Hier werden gleich die Bühne mit den Räumen, denn hier sind schon die nächsten Attraktionen, die sich auf der Bühne bereit machen wollen. Seien Sie genannt, Tiersor, seien Sie, wie heißen die beiden Gaukleid nochmal? Die Katzen. Die was? Die Katzen. Die Katzen, meinetwegen. Nein, wie heißt die Dinosaurier-Band? Happy Savos! Wir werden uns hier vom Acker machen. Wir sehen uns nachher wieder beim Bruchenballturnier drüben am Kampfplatz und zur späteren Stunde noch einmal zur Gewandungspremierung. Und somit wünschen wir euch an diesem Tag noch alles Erdenkliche, auch Gutes. Dankeschön! Applaus Erdenkliche, er ist Gute